So, ein Gute hier, Peoples hier. Wir machen mal wieder Reeltalk hier. Also, ich war mal mit so einem Kumpel früher da, so als Jugendlicher da, in so einer Maßnahmekurs, da was weiß ich irgendwie, gell? Und da kam er moinds auf die Blady Day, komm, wir gehen mal auf den Weiberglo, gell? Und da waren so Kabinen da, so zwei, drei Stück da irgendwie, und hinten raus waren Fenster. Und, ja, da kam er auf die bescheuerte Idee, komm, wir machen das Fenster auf. Wenn es Fenster aufgemacht hast oder aus dem Fenster geguckt hast, konntest du die ganze City sehen, gell? Also, riesen Ausblick. Kam er auf die Blady Day, komm, wir scheiße aus dem Fenster hier. Also hier, jeder in seiner Kabine da drin, Fenster auf, Hohesruhne, Arsche geliftet, und, batsch, auf die Fenster, Banke kackt hier, gell? So, da sind wir schön gemütlich wieder raus. Und dann so eine Stunde später da, kommt da so Tussi an, macht da, äh, scheiße, Fenster, blablabla, blablabla. Ja, da gab es einen riesen Wirbel, einen riesen Zergus, weil die wusste ganz genau, hier, wenn einer so einen Scheiße macht, da könnte es nur die zwei gewesen sein. Also hat sie hieß, mach das weg, mach das weg, es gibt Zergus und bla bla. Na, also, was haben wir gemacht? Klobösch genommen, weggeschnickt. So, jetzt haben wir nicht drauf geachtet, nicht aufgepasst, da irgendwie, Nachbarhaus, circa im zweiten Stock, weil das andere war circa, fünfte, sechste, sowas irgendwie. Also Nachbarhaus, zweites Stock circa, war schön helles Wellblech, da so, gelb ist irgendwie. Der Haufe weggeschnickt, jeder seinen Haufe, da patsch, und es knallt genau auf das Dach da drauf. So, der Licht ist da unten. Und jetzt, äh, der Nachbaraum, waren drei, vier Fenster, was weiß ich, riesengroße Fenster, und jedes Mal, wenn du da in dem Raum warst, hast du aus dem Fenster geguckt, hast du auf die Haufe geguckt, hier. Monatelang haben wir da drauf geguckt, hier, natürlich auch die ganzen anderen Leute da, irgendwie, von dem Raum da. Ja, also das war schon, zeig, wusst du, aieieiei, was ist das Ding, hier, schöne braune Haufe, hier, patsch, was ist das Dach da drauf, hier, da Licht ist da, trocknet schön aus, was weiß ich nicht, hier, Wahnsinn, hier, was ist Sache, hier, bis dann, macht's gut, hier, ciao.